Musik Jenseits der Dunkelheit, jenseits der menschlichen Zivilisation, lebt Khan. Ein Tyrann mit einem genetisch überlegenen Verstand, ausgesetzt auf einem leblosen Planeten, verbannt von einem Raumschiffkommandanten. Khan kennt nur noch die Rache. Er hat den Tod besiegt und überlebt. Da ist sie! Da ist sie! Ich werde ihn jagen um die Monde von Nibia und durch den Antaresmalstrom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis, bevor ich ihn aufgebe. Star Trek 2, der Zorn des Khan. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen einem Kommandanten und einem Wahnsinnigen. Wir haben gerade den Vertrag verletzt, Captain. Scottie, auf Warpgeschwindigkeit in drei Minuten, oder wir sind alle tot. Tolle Energie! Verdammt nochmal! Die Reliant kommt näher! Feuer! Töten Sie, Admiral Kirk! Töten Sie ihn! Für einige ist dies der erste Einsatz. Für andere der letzte. Feuer! Feuer! Ich werde dich so zurücklassen, wie du mich. Für alle Ewigkeit. Ausgesetzt auf einem nackten, toten Planeten. Begraben! Lebendig begraben! Khan! 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 Am Ende des Universums beginnt die Rache. Star Trek 2, der Zorn des Khan.